ein aufregender tag ist heute begonnen hallo und herzlich willkommen im reich der pflanzen melodie hat heute ihren letzten kinder tag kindergartentag dann hat sie etwas ferien und dann fängt die schule an für melodie so ok ist aufregend ganz klarer fall nur solche sachen erlebt man ja nun nicht jeden tag so wir starten heute mit der alokasia amazonica poly die also richtig fest drin steht im substrat in keinster weise rumzickt wunderschöne wurzeln ausgebildet warum schauen wir uns das schätzchen jetzt näher an weil es so cool gewachsen ist nein natürlich nicht hier ist ein blatt das ist vergangen das nehme ich mal eben ab das hat aber insgesamt richtig gute klappe vielleicht noch die älteren blättchen und sogar mit dran warum machen wir widmen wir uns dieser pflanze heute besonders nicht weil ich den mikrosiemenswert messen will was ich trotzdem mache sondern weil wir das schätzchen im flut system halten wir sind bei 2700 mikrosiemens das mal kurz am rande mitgenommen warum flut system und was bedeutet flut system wir wissen schon im mineralischen substrat können wir alles mehr oder weniger nass halten dauer nass und da bin ich jetzt als übergang bei dem schätzchen ist probeweise einfach mal auszuprobieren was passiert dann wenn wenn ich sie komplett flutig lasse mal just hier drin stehen wie reagiert sie drauf also ich habe das jetzt das erste mal nicht zweimal habe ich schon gemacht also bis hier oben hin bis zum rand wasser aufgefüllt mit nährstoffen ganz normal wie wir das so kennen allerdings jetzt ich weiß dass wir so einen hohen wert haben werde ich jetzt ein bisschen weniger nehmen ganz klarer fall dass wir hier nicht zu hoch kommen aber wir sehen der pflanze geht es gut also sie zickt in keinster weise rum alokasien sind tatsächlich stark zähre so per bit ist 6,1 das ist okay wir wissen 5,5 bis 6,5 ist optimal und von daher ist das hier soweit schon mal richtig gut gelaufen ja genau also ich belaste das so wie das ist jetzt noch wasser drin ungefähr drei zentimeter vier zentimeter wie gesagt wir fluten das ganze und gießen dann wieder wenn es notwendig wird oder wenn es bald notwendig wird also nicht dann wieder komplett fluten um zu gucken wie die pflanze darauf reagierten ich muss sagen bis jetzt sieht das richtig top aus also das ist echt der hammer ich werde das jetzt auch machen ich werde es jetzt bei 500 fluten und dann beobachten wir die geschichte einfach weiter wie das hier so von starten geht also die wurzeln haben bis jetzt nicht gelitten der pflanze geht es richtig gut weil das ist jetzt wenn das so funktioniert so jetzt haben wir wasser oben stehen wenn das so funktioniert wäre das natürlich cool wenn man dann mal paar tage weg fährt dann hast du nicht nur eine selbstbewässerung sondern kannst in der selbstbewässerung das noch mal länger versorgen in dem sinne wenn es denn funktioniert wir wissen man kann pflanzen im wasser halten wir wissen wir können pflanzen im mineralischen substrat halten wir wissen man können sie im anstau halten wissen wir können wieder selbstbewässerung halten wissen noch nicht ob wir sie auch in der flut halten können ob das auch dauerhaft möglich ist eine ganz andere geschichte ne ich sag nichts wissen erlernt man durch machen nicht lange lachen einfach mal machen weiß bescheid so ist das im leben mit der alokasia amazonica poly die also wirklich richtig hübsch gewachsen ist muss ich sagen das ist so eine coole sache und von daher läuft das schon mal genial so die string of pearls nach wie vor wunderschön befindet sich im wachstum zickt in keinster weise rum also das ist echt auch mit der burner auch hier oben alles quietsche grün nicht irgendwie was kaputt gegangen alles okay so die babys die gucken uns später mal an wenn dort wachstum gegeben ist weil da sieht man mit noch nichts aber auch die ist noch knackig also läuft das scheinbar da auch richtig gut so dann haben wir das jetzt mit der poly mit der alokasia das ist schon eine coole sache dass das so funktioniert wenn wir uns daran erinnern die erste alokasia damals hatten aber da hatten wir so viele probleme mit gehabt da sind die wurzel waren die wurzel verfault und hast du nicht gesehen und da sind wir davon aus dass man sich also nicht ständig nass halten sollte was auch tatsächlich so gegeben ist in der erde im torf in dem sinne oder was auch immer aber im mineralischen substrat lernen wir hier ganz ganz andere sachen also das ist schon ja ich sag mal so wie es ist mega cool im reich der pflanzen beziehungsweise für die pflanzen okay die zeit ist es zehn vor zehn okay warum steht das hier rum hast du dich vielleicht schon gefragt was hat das zu bedeuten wir kommen jetzt zu einem neuen projekt blattglanz von kompo oder auch andere firmen egal warum blattglanz ist das nicht absoluter blöd zum pflanzen einzusprühen damit sie glänzen ja stimmt absolut macht nicht wirklich sinn aber das blattglanz spray hat noch eine ganz andere wirkungsweise die ich jetzt schon mitgenommen habe ja jetzt habe ich ja gesagt warum ganz einfach um das kurz zu unterbrechen denn etwas zu erzählen einfach nur mit dieser dose zu sehen ist ja auch quack mit soße so also ich habe es angewendet allerdings nur bei 1 2 3 doppel 4 pflanzen insgesamt im badezimmer dort habe ich immer probleme gehabt mit spinnmilben wobei man ja eigentlich sagt im badezimmer ist immer feucht da gibt es pflanzen besonders gutes quack mit soße unser badezimmer ist eigentlich trockener als alle anderen räume ja weil luftfeuchtigkeit ist dann nur gegeben wenn du duschen gehst wenn du die fenster nicht aufmachst zum lüften anschließend oder die türen wenigstens dann bleibt die luftfeuchtigkeit natürlich drin aber dann fängt das badezimmer irgendwann zu schimmeln von da sollte man badezimmer natürlicherweise auch lüften damit dass keine hohe luftfeuchtigkeit drin ist und wie gesagt also ist tatsächlich so gegeben dass im badezimmer weniger luftfeuchtigkeit bei uns ist als in anderen räumen das ist so gegeben selbst draußen ist es meist sogar feuchter von der luft her als wie gesagt im badezimmer das mal kurz so in den raum geworfen also diese aussage pflanzen die hohe luftfeuchtigkeit brauchen sind am besten im badezimmer aufgehoben ist natürlich quatsch es sei denn du lüftest dein badezimmer nicht dann ja so also ich habe pflanzen damit eingesprüht weil ich dort spinnmilbenbefall habe und ich habe es nicht anders weggekriegt ich habe es immer ich habe vieles ausprobiert wissen wir auch mittlerweile noch also von biologischen sachen so nützlingen bis hin zum fliegen spray bis hin zum adab spray gegen schädlinge und wirkung ist da bei diesen spritzmitteln oder sprühmittel in dem sinne aber nicht dauerhaft gegeben also man kann kurzfristig tatsächlich eingreifen damit das sollte man aber kontinuierlich wiederholen die zwei dreimal aber du bekommst immer wieder schädlinge weil die kommen immer wieder das ist nun mal so selbst wenn die pflanzen haus sind sind sie nicht abgeschottet es kommt immer was rein entweder durch fenster durch kleidung wie auch immer das ist tatsächlich so gegeben so und ich habe jetzt pflanzen mit blatt ganz glanz spray eingesprüht wenn was kaputt geht ist mir egal ich wollte es wissen und ich sag so anfangs schien es so zu sein dass die pflanzen nicht so gut ging denn bedingt dadurch dass die pflanzen gelitten haben durch die saugtätigkeit der insektien kam es natürlich zu schadbildern an den pflanzen und diese haben sich natürlich ausgeprägt durch das blattglanz spray im nachhinein muss ich aber sagen dass es cool gewirkt hat richtig gut gewirkt hat und nachhaltig gewirkt hat denn dieses beschauer die innerstoffe die drin sind die bleiben auf den blättern und dann haben die spinnenblumen kein zutritt mehr zu den blättern in dem sinne um dort irgendwie saugen zu können das gefällt ihnen einfach nicht darauf und sie sind nicht wieder gekommen ja ich habe sie auch nicht abgeduscht oder gleich wie gesagt komplett eingesprüht das ganze von unten von oben jedes einzelne blatt und ich muss sagen die wirkungsweise ist tatsächlich gegeben zumindestens bei mir jetzt so hast du erfahrung damit hast du deine pflanzen schon mal blattglanz spray angesprüht obwohl man ja eigentlich sagt ach das ist doch nur quack mit soße so blätter nicht einsprühen damit sie glänzen ja also mega coole sache muss ich sagen ich werde jetzt ein paar sachen mehr mit ausprobieren ich hoffe dass ich noch ein paar pflanzen finde die spinnenblumen haben denn das blattglanz spray ist nicht für alle pflanzen geeignet ganz ganz wichtig zu wissen also muss ich da erstmal ausprobieren welche pflanzen vertragen das tatsächlich welche nicht wir können davon ausgehen dass dick blättrige pflanzen so wie die alokasia hier das verträgt hat sie auch im bade zum beispiel auch eine stehende große auch die habe ich damit eingesprüht der war das ziemlich schnuppe ich habe einen farren sogar stehen im badezimmer den habe ich damit eingesprüht wo ich anfangs dachte ob da nicht die ganzen blätter verkleben und das nicht funktioniert interessiert ich auch nicht wächst einfach kranz normal weiter genauso wie die kalateas die dort stehen auch die wachsen fröhlich munter weiter ja und wie gesagt die spinnenblumen sind bis heute nicht wieder aufgetreten obwohl ganz starker befall dort gegeben war also alle blattadern ränder in dem sinne hier alles achseln und überall war spinnengewebe dran und hast du nicht gesehen so und ja die klamotten auch so großen dass ich nicht ständig unter der dusche stellen kann was natürlich die allerbeste erste variante ist bei solch einem befall abduschen aber nicht bitte nicht heiß sondern etwas weniger als hand warm aber auch nicht eiskalt das ist so die erste maßnahme die ergreifen sollte aber wie gesagt wenn du viele pflanzen hast die groß sind du kannst ja gar nicht mehr in eine dusche packen oder in eine wadewanne oder sonst wo die kannst du nur vor ort in dem sinne abduschen und das ist ja nicht immer so einfach von daher ja okay da wollen wir mal gucken wie das dann mit dem blattglanzspray weiter geht wie gesagt schreibt mir gerne eure erfahrungen damit in die kommentare also dickblättrige pflanze gehe ich von aus sollte überhaupt kein problem sein bei dünnblättrigen pflanzen oder stark behaarten pflanzen da könnte es unter umständen was ich aber noch nicht weiß also das möchte ich noch nicht sagen behaupten sondern das ist die theorie jetzt erstmal ein bisschen der theoretischen praxis aber auch wieder was ganz anderes haben wir auch schon gelernt im laufe der zeit immer quatscht der so viel rum hier pass mal auf also wir haben es gestartet bei mir hat es erst mal funktioniert wie es weitergeht werden wir dann sehen dummerweise heute morgen fehler gemacht ich hatte nämlich eine mango die hatte spinnmilben eine ganz kleine und die habe ich dann allerdings so erste hilfemaßnahme gleich mal wieder mit dem fliegenspray eingesprüht auf chrysanthemen basis ganz wichtig da gibt es auch verschiedene hersteller von daher okay das mal jetzt so dann als start mit dem blattglanzspray und nein diese alokasie habe ich noch nicht damit eingesprüht obwohl sie wunderschön glänzt nein die hat das noch nicht bekommen okay ich habe es ein bisschen heller gestellt weil ich muss gleich ranzoomen wir kommen noch kurz zur string of pearls hier haben wir diesen strang ins feber reingelegt ins feuchte um mal zu gucken wie er sich so entwickelt also bis jetzt ist alles knackig muss ich sagen und wir können tatsächlich auch schon wurzelwachstum sehen mal gucken da unten auch da gucke mal es hängt auch schon fest hängt schon fest also coole sache dass wir das so schon mal sehen können auch hier sehen wir tatsächlich schon wurzeln und also auch wirklich gegeben dass sie nahe bei den perlen sind hier direkt unter der perle ja hier auch schräg unter der perle kannst du bald sagen hier kommt auch eine wurzel raus ich gerade auch hier also alles nahe der perle in dem sinne oder der perlen jetzt also das ist schön dass wir das ausschauen näher geht ich schön dass wir das so mitnehmen können das ganze jetzt vier tage her also es geht doch richtig rasant und vor allem können wir jetzt auch sehen dass es nicht überall gleichzeitig passiert in dem sinne sondern in bestimmten abschnittsbereichen in dem sinne das heißt hier so bei den ganz älteren da tut sich noch gar nix und hier fängt das langsam an ja das ist also stimmt man könnte sagen der warte mal wenn wir jetzt hier von ausgehen erste drittel zweite drittel ne zweite drittel ungefähr da ist also aktiv wurzelwachstum zu sehen hier im jüngeren bereich noch nicht also das ist schon mal schön dass wir das heute tatsächlich mitnehmen können dass das bei den string of pearls also tatsächlich wunderbar funktioniert das ist eine richtig geniale sache okay das ist doch sehr interessant was die string of pearls uns hier zeigt sie ist eigentlich pflegeleicht tatsächlich sie ist wirklich pflegeleicht hier haben wir die schätze noch in der erde ich muss nach wie vor nicht gießen gießanzeiger von serames ist immer noch blau also schon ewigkeit bald her kannst du bald sagen dass das schätzchen jetzt hier bei uns ist und wir haben sie noch nicht ein einziges mal gießen müssen wachstum ist tatsächlich jetzt auch gegeben allerdings nicht so gut wie hier muss ich ganz klar sagen also das ist definitiv so hier im mineralischen substrat läuft das wesentlich besser als hier in der gekauften variante in der erde in dem seite ich habe da noch nichts dran gemacht nicht gegossen nicht gedüngt go nix ja so ist das nun mal okay also wir sehen auch die bewurzelung ist einfach auf die art und weise gibt noch andere arten wir haben ja auch teilstücke gemacht also eine perle mit links und rechts stielchen dran in dem sinne immer so mittig abgetrennt und die sehen auch noch knackig aus und geht davon aus dass das auch laufen wird und dann auch im mineralischen substrat tatsächlich ja also so zimperlich sind die gar nicht sie dürfen halt nur keine nassen füße haben wie viele andere pflanzen auch keine nassen füße ja im mineralischen substrat sieht das nun mal anders aus und da ist das möglich und da ist die pflege der pflanzen allgemein natürlich wesentlich einfacher als in der erde in der erde musst du wirklich einen grünen daumen haben da musst du lernen die pflanzen kennenlernen und wachstum der pflanzen und wann musst du wieder gießen oder wie viel wasser verbraucht die pflanze überhaupt bis wieder gegossen werden muss wie trocken darf die erde werden wie feucht sollte sie immer sein das ist dann so eine sache deswegen minerales substrat ist das beste überhaupt warum renne ich jetzt weg achso quack mit soße das wollte ich noch angesprochen haben deswegen war ich auch hier im bilder eigentlich mit das blattglanzspray ich sag mal kurze inhaltsstoffe hier sind 42,7 prozent lösungsmittel 17,3 prozent mineralöle und jetzt kommt das was vielleicht nicht so gut ist 40 prozent propan butan als treibgas in dem sinne gibt sicher auch andere möglichkeiten also hier ist gar nicht viel drin das wichtigste öle öle weiß bescheid ne das dazu also rein theoretisch könnte man wenn man jetzt mineralöle hätte die pflanzen verträglich sind sich auch mit emugata sowas selber herstellen und die pflanzen damit einsprühen aber da würde ich erstmal nicht mit rumdoktern das hat lieber sein es sei du hast schon erfahrung damit ich denke der ein oder andere wird das auch schon haben und uns auch was dazu sagen können mit sicherheit das ist ja nur kein hokus pokus man kann sich auch sachen selber herstellen ist tatsächlich so allerdings kann das nicht jeder machen ganz klarer fall deswegen gibt es diese produkte ja auch aber wie gesagt so ein bisschen verpönt sind sie schon blattglanzspray weil die meisten sagen so das ist ja nur quack mit so warum sollen die blätter denn glänzen so sie müssen nicht glänzen das machen sie halt durch die öle aber was eben gut ist die spinnenbläden zumindest ob das jetzt bei tripsen auch funktioniert ist eine andere sache habe ich noch nicht ausprobiert weil ich keine tripse habe deswegen das ist auf jeden fall denke ich mal eine coole geschichte für die zukunft okay und ich denke mal auch immer noch besser als schädlingsbekämpfungsmittel im haus aber auch da wie gesagt jeder wie er kann jeder wie er mag und jeder wie er das für richtig hält und jeder welche möglichkeiten er dementsprechend auch hat okay wir sind noch bei der string of pearls ich mache gerade eine freie handaufnahme also nicht wundern wenn das wackelt das liegt daran weil es so nachher gesucht ist so wir haben eine relativ hohe luftfeuchtigkeit wir wissen und hier kann man jetzt ich hoffe man kann es jetzt sehen wo was denn naja da fängt an da sie ist diesen punkter in der mitte das sind tatsächlich schon wurzel ansätze also wenn ausreichend hohe luftfeuchtigkeit gegeben ist dann machen sie tatsächlich auch luftwurzeln in dem sinn dass man das mal so sehen kann die 700 doch ja okay dass wir das mitgenommen haben also von daher soll es auch nicht das problem sein dass hier in dem bereich dann sich wurzelneuer entwickeln weil durch das minerales substrat ja auch feuchtigkeit aufsteigt also eine coole sache also eigentlich doch relativ pflegeleicht und einfach die pflanze zu halten okay ja ist schon also meine güte ich habe es mir eigentlich nie geholt weil ich mal dachte bei anderen leuten gehen die mal kaputt wenn sie bei dir jetzt auch kaputt geht aber nun ja wir machen ja experimente und dann habe ich mich jetzt doch mal getraut weil ich sie auch zufällig gefunden habe so ich rede schon wieder um heißen brei herum weil ich sie zufällig gefunden habe und bis jetzt bin ich mega begeistert muss ich sagen das ist schon eine coole sache ja okay einer der schönsten alokasien bis jetzt finde ich zumindest okay sind alle schön aber das ist nun mal eine ganz besondere die red secret bekommt ein neues blatt was sie jetzt gerade am entrollen ist das ist jedes mal ja ein wunder das ganze zu betrachten tatsächlich das ist so schön so und hier unser brotblatt noch mal gezeigt dass wir da ein kleines update von haben da geht es richtig gut auch hier in der selbstbewässerung tatsächlich sie hat nach wie vor bis unten hin ihre brotblätter also noch keins abgeschmissen und die sehen richtig gut aus muss ich sagen richtig schick ja das ist auch eine richtig coole pflanze so auf ich suchen das mal ein stück zurück jetzt dass man etwas näher sehen können auch hier in diesem selbstbewässerung stopp läuft das genial ist eine richtig coole sache die alokasien sprühe ich normalerweise nicht ein ich habe jetzt einfach mal gemacht so als effekt weil es ein bisschen cooler aussieht mit den wassertropfen ist auch mal schick anzusehen ja sie braucht aber einen neuen topf denn sie ist jetzt viel zu groß geworden tatsächlich ich drehe dass man den topf mal sehen kann also ist jetzt doch jetzt kann man den sehen jetzt ist jetzt doch ja ist ein bisschen klein geworden also ja die sollten wir langsam mal umtopfen aber auch schön zu sehen dass sie doch eine recht lange zeit damit auskommen ich bewege das jetzt hier mal gerade so ein bisschen ja da steht gut fest hier drin das ist soweit okay gelaufen es ist auch eine genügsame pflanze die müssen nicht unbedingt einen riesen pot haben ich meine wenn wir links sehen hier die alokasia amazonica poly die hat ja auch nicht einen riesen topf das sind 0,7 mal 0,8 liter also die kann auch noch drin bleiben eine zeitlang das geht ganz gut bis jetzt muss ich sagen ja umtopfen werden wir heute allerdings nichts denn ich habe noch ein paar andere sachen heute zu tun einfach mal so als update mitgenommen von diesem wunderschönen ja leuchtenden blatt das ist wirklich genial ist anzusehen das ist jedes mal eine freude wenn du das siehst kannst du mal glauben obwohl eigentlich bei jeder pflanze wenn sie ein neues blatt bekommt glücksgefühle tatsächlich entstehen das ist sowieso hier im raum hat man irgendwie bei den pflanzen ein ganz anderes erlebnisgefühl tatsächlich da vergisst du außen rum tatsächlich alles okay die monsteratei constellation mit ihrem neuen wunderschönen blatt dass ich heute also komplett entrollt richtig hübsch richtig schöne zeichnung nicht zu viel weißanteil das sieht richtig hübsch aus ich zeige es jetzt weil ich werde die werte jetzt gleich noch mal messen das haben wir gestern noch nicht mitgenommen wie das dann tatsache jetzt heute gegeben ist das werde ich mal eben machen und dann das ganze aufschreiben notieren die tie die hat schon mal wunderschönes die tie constellation ja das ist so eine hammer geschichte okay haben wir gestern gehabt weiß bescheid so ist das manchmal so pass mal auf wir sind jetzt bei 800 micro siemens per bei 7,5 per weit ist gestiegen von 7,3 auf 7,5 obwohl wir osmose wasser dazu gegeben haben also scheint tatsächlich immer noch eine reaktion statt zu finden mit dem urgesteins mit hier drin haben wir vielleicht doch ein kleines bisschen zu viel reingemacht ich denke wir belassen dass ich wieder ich werde jeden tag die wurzeln anschauen beobachten solange da nichts braun wird oder so sollte das okay sein also aus erfahrung heraus vertragen sie sowieso einen höheren ph-wert dem monsteras vielleicht will sie das tatsächlich sogar also von daher belasse ich das jetzt erstmal so und wenn das bier ich werde jeden tag nachmessen gucken was hier tatsache gegeben ist und wenn eine veränderung stattfindet so wie sie es gegeben haben dann könnt ihr das natürlich mitnehmen als klarer fall nichtsdestotrotz sieht das neue blatt richtig gut aus muss ich sagen das zickt in keinster weise herum naja mal gucken was wir aus dem projekt dann noch lernen werden ich ziemlich mal kurz zurück sammeln mich mal auch wir noch so viel zu tun ja auch umzutopfen noch einzupflanzen in dem sind auch noch immer ganz viele neue babys die müssen auch langsam mal eingepflanzt werden aber eins nach dem anderen eins nach dem anderen und dann sehen wir mal was wir gleich noch machen ich gucke mal ein bisschen in die runde ja also ich würde sagen bis jetzt sieht das ganz gut aus also es gibt so von der pflanze her nichts zu meckern wurzeln sehen auch noch okay aus heute mal eine zeitraffaufnahme machen okay heute im film darf auch ein philodendron nicht fehlen der philodendron birkin die wir vor kurzem abgeschnitten haben die köpfe und unterschiedlich dementsprechend zum bewurzeln vorbereitet der pflanze geht es richtig gut hier die steht in dem wasser wo damals die alokasia black velvet drin stand da haben wir nichts verändert wir haben das schätzchen einfach so reingehangen und jetzt kann man schon was sehen ich würde sagen wir schauen uns jetzt ein bisschen näher an denn das ist also eine richtig coole geschichte mal wieder hier wie gesagt wir haben nichts verändert an dem wasser wenn das wasser drin gelassen einfach das schätzchen rein und dann dementsprechend bewurzeln lassen kann man jetzt tatsächlich schon sagen ich würde sagen das schauen wir uns dann jetzt auch etwas näher an hier weil es mega cool aussieht und in dem zuge dann auch die anderen dass wir also ein update haben komplett von dem filo von den philodendron birkin hier sehen wir jetzt alle drei beieinander die rechte variante aber gerade schon gesehen in der mitte die variante aber direkt ins substrat hinein hinein gesteckt in dem sind als kopfsteckling auch die sieht immer noch gut aus und links das ganze dann dementsprechend auch im osmose wasser wieder ja allerdings ohne holzkohle oder irgendwas das ist schon eine interessante geschichte muss ich sagen also zum einen dass es allen drei gut geht erst mal so weit ne also die brauchen nicht auf intensivstationen oder so also von daher läuft das soweit schon mal ganz gut ich würde sagen wir schauen uns die geschichten in dem sinne jetzt etwas näher an fangen wir mit dem projekt an wo wir tatsächlich urgesteins mehr drin haben und die holzkohle ich ziehe das jetzt mal raus um euch das ganze mal etwas näher dazu bringen zu zeigen so mal auf ich hoffe das klappt jetzt so einigermaßen tada klappt sogar wunderbar interessanterweise kann man auch hier an dieser alten wurzel sehen dass dort lauter weiße kleine saugwurzeln herauskommen ich glaube das kann man so erkennen ja das ist übrigens die wurzel etwas oberhalb liegt also etwas mehr an der luft die andere gegenüberliegend hier die hängt im wasser die hat noch keine wurzeln ausgebildet saugwurzeln und es haben sich neue wurzel entwickelt wie ich damals schon sagte das ganze wird im oberen bereich hier wo die blätter im prinzip sich befinden wesentlich schneller entwickeln als im unteren bereich hier und das kann man jetzt optisch tatsächlich sehen man sieht zwar auch kleine weiße spitzen aber hauptwachstum der wurzel ist auch tatsächlich auch hier im oberen bereich also von daher wenn man so kopfsteckling macht dann dementsprechend auch relativ tief einpflanzen so dass die blattansätze mit im substrat in der erde oder videos auch immer handhabst dann mit drin sind damit die wurzel sofort einwachsen können das ist ganz wichtig zu wissen also nicht nur hier unten den stiegel reinstecken sondern tatsächlich auch mit blattansatz dass wir das heute so augenscheinlich mitnehmen können wie das ganze aussieht muss sagen es hat also genial geklappt inwieweit das jetzt hier mit der holzkohle und dem urgesteinsmehl dann vielleicht noch mal eine nummer besser ich glaube ich poste ein anderes gefäß bald hier lassen wir auf oder ich hole sie einfach nicht mehr raus genau wir holen sie nicht mehr raus lassen sie jetzt einfach mal hier drin also man sieht die wurzeln sind auch oberhalb stehen nicht im wasser bedingte luftfeuchtigkeit entwickeln sie sich und wandern dann zum wasser hin ja okay das zu dem schätzchen und dann nehmen wir uns jetzt die andere variante auch erstmal im wasser würde ich sagen das ist dann diese hier da können wir jetzt so noch nicht viel warte mal ich kann das an die seite schieben dann können wir vielleicht doch schon einiges sehen hier hier mit upcycling ne ja ist eine coole sache so kann es einfach so rausheben auch genial hier sehen wir tatsächlich auch wurzelwachstum allerdings sehr 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 verhalten hier im unteren bereich hier da sehen wir ein bisschen weiß ansonsten kommt momentan hier noch nichts heraus muss auch weiter abwarten also von entwicklung her wesentlich langsamer als wie bei der variante erstmal hier kann natürlich auch zufall sein weiß man alles nicht aber das nehmen wir jetzt heute erstmal dato so mit wieder kleine würzelchen entwickeln sich also ist das soweit auch ganz okay würde ich sagen so bei dem anderen schätzchen ist nur so da können wir gar nichts sehen jetzt sowieso nicht warum ja weil sie halt im substrat steckt also da können wir augenscheinig natürlich nicht rein gucken ich kann das zwar mal rausziehen aber ich denke mal hier wird man noch nicht sehen das wird noch ewig dauern bis welche die wurzeln sichtbar erkennen können hier in der selbstbewässerung ist das natürlich auch eine richtig geniale sache also das ist funktioniert tatsächlich auch kann man jetzt da so wie es ist aus von ausgehen sonst hätten die blätter schon irgendwie ein anzeichen gegeben dass in einer anderen art und weise nicht an wasser dran kommen also funktioniert das hier auch inwieweit die wurzeln sich entwickeln können wir später sehen wenn man sie mal rausnehmen das machen wir jetzt noch nicht weil wenn überhaupt werden sie jetzt noch minimalistisch sein von daher belassen wir sie einfach weiter aber das ist hier mal nach wie vor dann die zwei das zweite mal dass wir in diesem wasser mit der holzkohle und dem urgesteins mit bewurzelt haben die alokasia black velvet damals und dann dementsprechend jetzt hier auch tatsächlich den philodendron birkin und wir sehen also dem geht es richtig gut hier drinnen richtig gut okay das nehmen wir einfach so mit mal gucken wie die geschichten sich weiterentwickeln bei demonstriere hat mir gesehen dass der ph wird etwas angestiegen ist auf 7,5 von 7,3 auf 7,5 so bei der geschichte hier haben wir damals ein ph-wert von auch sie nicht auch sondern von 7,9 gehabt am vierten siebten und am fünfzehnten siebten von 7,7 also auch hier der ph-wert hoch in dem sinne weil man sagt ja 5,5 bis 6,5 bis optimal aber wir sehen im wasser scheint es doch ein bisschen anders auszusehen und von daher auch das sollten wir natürlich weiter verfolgen begleiten in dem sinne wie das sich so entwickelt man gesehen ja das geht ja richtig gut wunderschönes wurzelwachstum pflanze knackig richtig gesund also von daher auch hoher ph-wert heißt nicht unbedingt dass pflanzen schlecht gehen muss dann kommt es doch eher in dem fall auf die mikrosiemens werte an dass sie also nicht zu hoch sind dass die pflanzen nicht zu viele nährstoffe bekommen denn dann können die wurzeln unter umständen leiden aber ich sage es mal so da sind wir jetzt in der tiefe etwas noch mehr oder weniger am anfang bedingt durch die monsteratei constellation etwas intensiviert und das jetzt hier so mitgenommen dass auch hier ein hoher ph-wert ist bedingt durch das urgesteins mit da drin halt ja umso mehr nährstoffe allerdings dazu kommen umso niedriger sollte eigentlich der ph-wert dann werden in der regel das ist aber auch hier wie wir sehen abhängig von der menge des urgesteinsmüll das man dazu führt also pi mal daumen kann man das ja nicht machen da müssen wir schon mal gucken dass wir irgendwann so einen anhaltspunkt haben was okay ist oder was nicht okay ist denn hier ist mikrosiemens wird knapp gerade mal bei 200 also von daher ist er pervertin noch mal einen tacken höher so dass ich weiß ist ein bisschen viel manchmal weiß bescheid winke winke bis ganz bald hier aus dem reich der pflanzen es ist nun mal eine serie pflanzen geschichten in dem sinne und von daher lohnt es sich auf jeden fall die experimente weiter zu begleiten denn wir lernen mit sicherheit auch in den nächsten nicht nur tagen sondern auch jahren weiter dazu und ja nicht und ist so ist halt so so auch mal ein aufregender tag heute letzter tag für melodie ich bin gespannt wie die gleich reagiert wenn ich sie abhole aus dem kindergarten weil dann ist die tür zu und dann bleibt sie zu die tür das ist dann ja ich habe sie die letzten drei tage bisher angemerkt dass sie das doch ein bisschen mitnimmt aber ist nun mal abschied ist abschied das ist so aber die türen werden schon offen gehalten also wir dürfen auch mal zu besuch kommen wenn melodie dann ferien hat oder so in der kindergarten offen hat dann müssen wir uns nur anmelden vorher dann können wir sicherlich auch mal kurzzeitig zu besuch kommen dass sie sieht wo sie damals dann halt so ihr leben ja verbracht hat in dem sinne doch eine ganz lange zeit auch und von daher denke ich mir ist das für kinder schon ganz wichtig wenn sie es möchten dass sie dann auch mal so kurz zurückkommen können und sagen können hallo hier bin ich mir geht es gut schön dass ich hier sein konnte aber jetzt bin ich in der schule und da geht es mir auch gut ok so weiß bescheid es geht auf jeden fall weiter so ich bin aufgeregt hat man glauben du hier ist es und maria ja sind immer wieder veränderungen leben aber es gibt auch positive veränderungen ok